Willkommen zurück bei From Dust to Casamorita, dem South Park DLC und wir haben schon ein Fight gegen die Vampkits getriggert. Hau mal den mal aufs Maul, hoffe ich mal. Oh, ich bin nach rechts. Oh, der verpisst sich. Okay, was kann denn der Kuh nochmal? Ich geh mal hier hin. Oh, der trifft da einen. Der ist nicht tot. Vielleicht nehm ich dann doch lieber... Der ist dann tot. Ach, verwiegen. Oh, scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Aha, jetzt bin ich dran. Ähm, was kann er denn? Was macht er denn? Scheiße, ich darf nur den hier vorne. Ah, ich kann den zurückhauen. Das mach ich. Tu Eis drauf. Die haben doch alle Spaß. Tu Eis drauf. Ach, aua. Ich konnte dich ja bis hier spüren. Die Fledermorstussi. Ich will nur warten, wenn morgen das Thema auf dem Fausthof, was? Noch mal. Jetzt. Das ist doch jetzt mal ne Party, was? So, jetzt hau ich dir aufs Maul, Alter. Ähm. Wo komm ich da hinter raus, ne? Oh, jetzt musste ich niesen. Entschuldigung. Du hast Zeit für Mittagsschlaf. Noch mal. Ha. Voll aufs Maul. Was, 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 was? Das haut aber ganz schön rein, hä? Jawoll. Warte mal. Was treffe ich denn hier so? Wieder nicht viel. Scheiße. Sonst ein bisschen kleiner das Baum hauen. Hm. Warte mal. Vielleicht nehme ich die alte. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, ich nehme die alte, glaube ich. Und dann überspringe ich einen Zug. Also das... diesen Furz. Tu mir lieber ne Soppe Bier auf die Wunde. Schlag sie für den Kuh in Furzkiste. Das mag ich, Junge. Oh, da treffe ich zwei. Da kann ich zwei killen. Das ist nice. Das Ding ist einfach geil. Bam! Hm? Was ist? Die Vampirin da drüben. Warum kämpft sie nicht? Zum letzten Mal. Ich bin kein scheiß Vamp. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied? Schau uns doch an. Ja. Ich rauche eine Zigarette. Wir haben den gleichen Feind. Die Vamps. Bekämpfen wir sie gemeinsam. Also gut. Aber ich ziehe kein schwules Kostüm an. Yeah, Henrietta. Ein Statist im Publikum. Ihr habt das Showbiz echt drauf. Was kann die so? Ich habe keine Ahnung, was sie kann. Ach, die heilt. Okay. Oh, dann sollte ich die vielleicht nicht da vorne parken. Ist das aber B, oder? Ist das Y? Oh, geil. Das ist glaube ich ein Schild. Was soll das heißen? Ach so, ich wollte ja Dings machen. Ähm. Das da. Genau. Als nächstes verlierst du deine Armsocken. Armsocken? Geil. Mal kann ich. Scheiße. Dann mache ich das mit wem anders. Hau ich den zurück? Ich kenne mich leider nicht mehr so gut aus mit dem. Ein alkoholfreier Erdbeer. Der Kiri ruft nach mir. Nein, das ist der Tod. Mache ich das. Angriff aus dem Hinterhalt. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Oh, scheiße. Jetzt stehe ich ja da hinten. Ah. Ich bin hier um Vampire zu killen und so Papiers zu essen. Ich werde beides tun. Ach ja, Ultimate bereit. Treffe ich alle. Das ist gut. Das mache ich mit dem Kuhn. Uh. Die Theatralische hast mir echt Mühe gegeben. Wir haben Spaß. Pff. Hehehehe. Dein Leben ist mein. Nächstes Mal zurück. Ah. Der sahb mir aus, der Pisser. Meine Lebenskraft. Was macht der da? Du bist besser als du. Auf sie, blöd Arsch. Oh, der Kopfnuss. Auf sie, Wunderarsch. Okay. Was kann ich machen? Ähm. Ich denke, wenn ich den in den Mysterion rein haue. Das mache ich. Ach, scheiße. Der verblutet jetzt sowieso. Ihr seid richtig bei der Sache hier. Echt große Klasse. Die Jetta. Was können die denn noch? Ich mache das mal. Das kenne ich noch nicht. Haha. Hehehehe. Den lasse ich voll bluten. Der Wichser kann nicht mehr viel. Und dem haue ich ordentlich aufs Maul. Ja. Ha. So, Kumpel. Lasst alle Hoffnung fahren. Es ist Kuhnzeit. Hm. Der will doch nicht verbluten. Na gut, dann haue ich ihn mir in die Fresse. Das war befriedigend. Mann, sei mal locker. Nein. Wuhu. Bruch der Teleportation. Super hier. Hier. Charakterpunkten von Henrietta. Verbogenen auf Ledermausohrring. Okay. Henrietta kann jetzt in allen bisherigen und zukünftigen Speicherständen benutzt werden. Oh, geil. Vampir gelegt. Was brauche ich das? Abgesperrt. Wow, ihr habt eins der Vampirgelikte für die Schnitzeljagd gefunden. Noch drei, dann dürft ihr in den Partyraum. VIP only. Cool, oder? Habe ich mir selbst ausgedacht. Wir haben Spaß. Meine Schwester ist da drin. Können Sie nicht einfach aufsperren? Sorry, auf der Tür liegt ein Schutzzauber der Vampire. Ihr müsst die Schnitzeljagd abschließen, wenn ihr rein wollt. Kommt, suchen wir den Rest von den Relikten. Na gut. Was gibt es denn hier noch? Gibt es hier noch irgendwas? Da hinten steht eine Kiste. Warte mal. Oh, das ist ein Rucksack. Vampirismus-Elixier. Mhm, mhm, mhm. Ist das ein ATF? Ne. Warte mal. Hier runter kann ich doch noch, oder? Oh, Propangas. Chiquita macht wohl mit den Vams gemeinsame Sache. Er weiß vielleicht, wo die Relikte sind. Chiquita... Wer will Superpias? Mich hungert nach Frittiertem. Meine mit rotem Gelee. Hey, Leute. Chiquita, der Gorilla hat zu viele Superpias gemacht. Hübschi uns! Oh, scheiße. Ich bin da mit dem grittierten Notfall helfen. Gibt es jetzt mal in die Luft? Wer kann sich damit mit dem grittierten Notfall helfen? Wir erlösen dich von der Superpiealast! Pfff! Hübschi! 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 Trollio! Wir sind mit Honig überzogen! Oh oh! Vampire lieben Honig! Was ist jetzt gegen die Kämpfe? Warte mal, ich labere erstmal mit diesem Gorilla. hallo ich kann nicht mit dem labern was ist jetzt los ich guck mich erst mal um ich habe mich hauen da musste ich ihn hauen was ist jetzt los oh oh jetzt mal du blöde Affe was macht er da ne lasst mal ich vernichte euch oh ja das sieht gut aus mach ich haha oh auf mich zu beißen du blödes Vieh jetzt wirst du zerfetzt nee das mach ich danke fürs rumstehen wie ein Reh im scheinwerfer diese nacht wird euer ende sein hey lass mich die Mächte der Lähmheit siegen niemals die Mächte der Lähmheit scheiße jetzt komm ich da aber nicht dran ne geh ich mal hier unten hin der kann nichts machen scheiße wo ist eigentlich Henrietta aber war ich nicht mal zu viert scheiße die hab ich nicht eingeteilt ich dachte die wär jetzt automatisch dabei ups wenn du nicht weißt was zu tun ist mach einfach irgendwas platt ja geht nicht du bist zu dick da hinten geh ich mal da hin und breche den Zug ab dann mach ich Dings ist der Affe mich nicht erwischt du bist nicht dran so den hau ich rum oder die nein auf zu beißen wenn du dich mit dem Kuhn anlegst dann auch mit seinen Freunden du bist das Arschloch jetzt wird der Kuhnt okay die alte schlage ich da rüber fliegt die jetzt da rüber nee so fliegt sie da rüber ich hoffe ich fliege jetzt nicht da rein ich raff das manchmal nicht äh ich probier's einfach mal Platz für den Kuhn fress nicht die ganzen Soppapiers weg okay ihr wollt dunkel ich kann dunkel ihr wollt dunkel ich kann dunkel warte mal das geht das geht keine Gnade es gibt Rache ha los er wollte halt immer noch ein bisschen was was macht der Affe da noch ein bisschen weiter das ist aber böse was der macht los geht's Furzlord haha der Furzlord der Gudalde ja mach ich das mal Vorsicht die Untoten sind gefährlich Kuhn am Start ne ich will jetzt nicht das ultimiert haben ähm hau ich dem Affe jetzt mal eine 274 nehm ich den ja ha ha oh hast du einen haha ähm der macht 182 seh ich der auch aber da steh ich hinter ihm ist besser ne ich steh ich doch nicht fuck äh der Gorilla braucht ein Heftpflaster oder vier was macht das unterstützt dich oder ein Freund oder verfluche einen Gegner hm was ist das denn die Last meiner Unsterblichkeit fliegt schwer auf hm ich nehme mal der hat überhaupt kein Ultimate oder oder so kann ich mich buffen okay ne ich nehme wieder das Ding du bist nur neidisch auf meine dunkle Macht Kuhn Kuhn muss auch da raus ich glaube ich nehme mal den Ultimate von Kuhn dann fallen die Kleinen alle um und der Große kriegt auch ein bisschen was ab und blutet ha 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 rutsch dich auf deinen Eingeweiden aus wäre schade wenn du hinfällst und dir weh tust so der muss auch da weg ich geh mal hier hin und dann muss ich wohl den Zug beenden bis der da wieder runter hüpft ah sehr gut jetzt hat er sich hier hingestellt das ist scheiße wenn ich mich da hinstelle ich buffe mich wohl mal oh scheiße oh wie schön fühlt dich wohl da aus bin ich jetzt endlich dran? ja doch bist du der hat aber ganz schön hm scheiße der ist aber ganz schön stabil mach ich mal das mach ich mal das uh gruselig war wirklich gruselig die Tita der Gorilla spendiert den besiegten Vamps ein Kaltgetränk nö das glaub ich nicht du bist nicht dran du bist nicht dran so komm ich da dran ja komm ich da dran ja komm ich da dran das macht aber nicht so viel oder? doch 222 geht deshalb soll man nicht auf gräber treten weil dann sowas passieren kann woher sich gut woher sich gut woher wie sich einen erwischt ich hab schlechte Nachrichten zur Unsterblichkeit und BÄM Chiquita der Gorilla spürt starke Schmerzen gut was was ich hau Moment das machen wir so fast gut naja hauen wir rein ein Vamparsch weniger haha jetzt verpisse ich mich erstmal ich hab keinen Furz mehr den ich einsetzen kann deswegen muss ich mich verpissen los gehts warte mal dann kein Mysterion naja ich stell den nicht davor hu hu so jetzt hau ich dem aufm endlich aufs Maul hau ich mach ich da so dran mach ich da so dran naja natürlich nicht aber so ha da ist er tot ok so Äffchen ich bin jetzt der Silberrücken ich bin jetzt der Silberrücken juhu der hat irgendwie nur Entschädigungsantrag eins angestellt ok Papierrelegt perfekt ah ok das sind irgendwelche Handschuhe ha 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 warte mal jetzt will ich erstmal gucken ob ich die Gruppe einteilen kann ja verbündete ja wo ist denn Henrietta ich denke die kann ich jetzt einsetzen wo ist sie hin kann ich gar nicht kann ich gar nicht soll die scheiße geht nicht scheiße wo ist Henrietta da muss ich mit der Selfie machen die saß doch hier vorne irgendwo ja ne ich hab jetzt keine Zeit ich muss mal kurz zu Henrietta da wenn wir hier fertig sind können wir South Park von den Konformisten säubern ehh ein Silphie äh nein warum denn nicht komm lass dich wenigstens einteilen warum denn nicht die ist hier auch gar nicht aufgeführt weiter runter geht es auch nicht die sind gesperrt hm keine Ahnung was soll das ok wir machen nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann